Nur einmal trainieren wie Profis, das ist der Traum vieler Jungen und Mädchen. Für Meti und seine Freunde wurde er nun Realität. Gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesligaspieler Daniel Gunke wurde fleißig gepumpt. Den perfekten Rahmen zum gemeinsamen Schwitzen wurde die Eröffnung des neuen Sonnensteiner Fitnessparks. Das ist sehr schön hier. Man kann hier Klimmzüge machen, Liegestütze auf dem Boden. Und ja, Dips dort machen, Vertrieb selbst, finde ich sehr schön. Und man kann hier auch Sixpack trainieren. Hinweise zur richtigen Ausführung gab es dabei vom Fachmann. Allein die Anzahl der Wiederholungen war Daniel Gunke jedoch nicht wichtig. Der einstige Mittelfeldmann von Energie Cottbus verfolgt ein anderes, noch ehrgeizigeres Ziel. Gunkel will den Kindern nicht nur frühzeitig, sondern auch nachhaltige Freude an Bewegung vermitteln. Gerade für die Jugendlichen, die ja auch teilweise draußen rumhängen und nicht wissen, was sie zu tun haben, sehen ein Sportgerät und kriegen vielleicht irgendwo die Ambition, sich da dran ein bisschen zu betätigen. Und jede sportliche Bewegung und jede sportliche Betätigung hilft, um andere zu motivieren, um sich selber zu motivieren. Und da sind solche Plätze natürlich prädestiniert für. Heimlicher Star des Sonnensteiner Sportfests war er, Jürgen Herold, der wohl sportlichste Senior der Nachbarschaft. Knapp zwei Wochen vor seinem 75. Geburtstag zog er die Jugend in seinen Bann. Ich hab's ja nicht weit von hier oder von zu Hause und da geh ich mal, wenn ich so meinen Spaziergang mach, mit hier vorbei. Und wenn nicht so viel Betrieb ist, dann mach ich ja meine Klimmzüge. Der Elan des nimmermüden Athleten übertrug sich direkt. Andere Anwohner taten es ihm gleich und probierten sich aus. Genau darauf hatte die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna gehofft. Die Revitalisierung des Areals an der Rennscheiter Straße, auf dem bis 2007 ein Hochhaus stand, ist somit abgeschlossen. Den Entwurf und die Planung zur Parkanlage lieferte das Büro des renommierten Dresdner Landschaftsarchitekten Ruari O'Brien. Die Fläche, die belegt vier verschiedene Themen. Das beginnt mit der Zeit, also direkt hier hinter mir. Das ist eine Sonnenuhr, wo man im Sommer zumindest die richtige Uhrzeit auch ablesen kann. Dann haben wir das Thema Bewegung, was durch verschiedene Sportgeräte symbolisiert wird. Den Ort der Begegnung, es gibt also Bänke, wo man sich treffen kann, wo man sitzen kann. Und der Ausklang sind dann die Wege, die das Ganze also miteinander verbinden und hier hinführen. Neben Bewegung und Erholung soll der Fitnesspark Sonnenstein zudem als Ort der Begegnung dienen.